hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren gespräch im kulturhaus osterfeld im jubiläumsjahr 200 jahre dr schüßler sprechen wir heute über das schüßler salz nummer drei ferrum phosphoricum mein name ist benjamin hartlieb ich bin osteopath und heilpraktiker und bei mir heute wieder mit dabei ist der arzt biologe und chemiker peter emmrich hallo peter ja hallo meine damen und herren hallo benjamin schön dass ich wieder dabei sein darf hier im kulturhaus osterfeld habe ich ja schon einiges erlebt und das ist jetzt schön dass wir hier dieses format 200 jahre dr schüßler machen können wir haben ja in der ersten folge und in der zweiten folge schon schüßler salze kennengelernt heute sprechen wir über das dritte schüßler salz ferrum phosphoricum ferrum ist die eisenverbindung und auch die einzige eisenverbindung die dr schüßler im gesamten system formuliert hat auch in den erweiterung salzen seiner nachfolger es kann andere eisenverbindung enthalten was denkst du was war für dr schüßler ausschlaggebend das eisen als mineral salz zur therapie zu verwenden na ja da müssen wir mal anfangen dr schüßler wollte ja ein system erarbeiten dass jeder schnell zu hause anwenden kann und wie wir wissen und das wussten die damaligen ärzte schon dass eisen bei einer akuten entzündung im körper mobilisiert wird eisen ist dann sofort da um irgendwelchen eindringlingen ob das bakterien oder viren oder pilze sind den chaos zu machen und deswegen hat schüßler ein ganz großer wert darauf gelegt dass auch dieses eisen in seinem system von zwölf mineral salz eine bedeutung hat und wenn man nun den historischen bezug herstellt man muss ja überlegen schüßler wurde ja 1821 geboren und als er 36 jahre alt war das war ja 1858 hat er seine praxis eröffnet bis dahin war natürlich sein leben sehr bewegt und da werden wir ja in der ganzen serie doch einiges noch dazu erfahren aber 1858 gab es noch kein notarzt wir hatten noch nicht das telefon wo jeder bauer versorgt war dass er da den arzt anrufen konnte und sagen auch ja wie ich habe hier akute halsentzündung oder irgendwie der bauch tut weh nein mancher musste ja eine stunde mit dem fuhrwerk zum arzt fahren das ist ja für heutige zeiten überhaupt nicht mehr vorstellbar liebe zuschauerinnen und zuschauer und deswegen musste schüßler etwas haben wo die akute entzündung sofort gebannt werden kann und gerade heute wo wir die multiresistente keime haben ist es eine tolle sache denn weltweit werden ja die schüßler salze nach über 150 jahren immer noch erfolgreich eingesetzt und es gibt keine resistenten form denn schüßler wirkt ja über unser immunsystem vor allem das unspezifische immunsystem das angeborene immunsystem also dort wo die fresszellen die makrophagen und die natürlichen killer zellen aktiv werden und auch die granulozyten genau dort wirkt das eisen denn das eisen aktiviert diese substanzen nur so können wir es erklären dass dann eine entzündung die da ist abklingt also eine entzündung im hals schüßler hat ja drei entzündungsstadium definiert das erste das ist genau dass die trockene schwellung ohne sekretion und das hat eigentlich dieses arzneimittel bild von eisen denn wir haben plötzlich eine entzündung die kann im hals sein die kann im kopf sein die kann in der brust sein oder einem gelenk arme beine die entzündung tritt plötzlichen erscheinung und hierfür hat schüßler formuliert brauchen wir dieses eisen und dieses eisen hat er ja weil er 14 jahre als homöopathische arzt tätig war eigentlich dann nicht substanziell gegeben als eisentabletten so wie man das bei einer frau macht die häufig eine anämie hat geht zu eisentabletten mein schützler hat genau bezug genommen dass es sehr hoch potenziert werden muss auf eine d12 das ist ja rein rechnerisch eine verdünnung von 1 zu einer billion und dieses gegeben für dazu dass es keine vergiftung gibt von eisen denn dadurch wird ihr die entzündung im körper angefacht ja wenn wir einen patienten haben eine chronische entzündung hat und geben dem eisen dann kann diese akute form in erscheinung drehen das heißt also eisen bei chronischen krankheitszuständen nie pur geben sondern immer verdünnt also ferrum phosphoricum ist das mittel oder das erste mittel bei entzündung viele kennen schüßler nummer drei haben das sicherlich auch zu hause ja ich kenne es zum beispiel auch von mir zu hause bei unseren kindern bei den ersten anzeichen einer entzündung gibt es dann ferrum phosphoricum wenn jetzt jemand bei entzündungen das mittel einsetzen möchte was ist so das deutlichste zeichen wo die eltern zu hause auch dann sagen können ja jetzt jetzt ist schüßler 3 genau das richtige naja schüßler 3 nimmt man dann wenn der beginn da ist also plötzlich auftrennte ohrenschmerzen plötzlicher halsschmerz manchmal sieht man auch im gesicht eine veränderung das kind hat rote wangen rote stirn die mutter tastet an die stirn und fühlt das fieber die temperatur die ansteigt und genau für so einen zustand ist ferrum phosphoricum geeignet oder auch ein sonnenbrand wir liegen zu lange in der sonne die sonne reizt die unsere haut die haut wird rot es gibt keine entzündungszeichen die dann mit einer absondung einhergehen sonst die eine entzündung an der haut wenn ich jetzt da die salbe ferrum phosphoricum drauf geben beruhigt sich die haut über nacht und max 9 ist alles weg das heißt also dieses erstentzündungsstadium hat wenig einfluss in die tiefe des lymphatischen system sondern bleibt oberflächlich und dann kann natürlich auch die entzündung an gelenken sein zum beispiel man läuft zu lange bergauf bergab und plötzlich abends ist das knie geschwollen das ist eine reizung weil muskuläre disbalancen da waren da entsteht eine entzündung eine akute gelenkenzündung und auch hierfür kann man außen salbe drauf geben ferrum phosphoricum und innerlich die ferrum phosphoricum globuli oder tabletten in der d12 und dann gibt man das wenn es akut ist alle viertelstunde fünf korn oder eine tablette und dann merkt man nach drei vier stunden das ganze wird besser dann macht man die abstände größer und alles wird wieder gut schön dass du das erwähnst weil auch das stelle ich in meiner praxis fest in osteopathie behandeln wir ja sehr viel gelenkschmerzen gelenkerkrankungen und das ist vielen gar nicht so bewusst dass die anwendung als schüßler salz eben auch über die haut erfolgen kann zum beispiel über über eine salbe und da haben wir auch sehr gute erfahrungen gemacht bei gelenkschwellung mit rötung schmerz nach dem sport zum beispiel initial schüßler salbe nummer drei aufzutragen äußerlich kann das innerlich unterstützen aber allein schon die bloße lokale anwendung lokal hilft doch vielen sehr sehr gut ja oder zum beispiel bei einer wanderung man tritt in so eine kuhle verdreht sich der das gelenkt ja subinationstrauma würde der fachmann sagen der leise ist einfach der haxel verknackst das ding schwillt innerhalb von sekunden auf die doppelt oder dreifache größe an ja es gibt ein blutungen und genau hier hilft diese salbe wunderbar weil kühle überall dort wo kühle hilft ist für das erste entzündungsstadium toll ja eine verbesserung durch kühle man kann ein eispack drauflegen man kann natürlich auch bisschen quark sich besorgen den kalt drauf geben ja oder ein kältespray das gibt es alles aber bei ferrum ist natürlich die entzündung steht im vordergrund ok wenn wir jetzt die entzündungsreaktion haben und dr schüssel hat ja auch formuliert für ihn bestehend die entzündung eigentlich aus drei stadien entsprechend werden auch drei unterschiedliche mittel bei entzündung eingesetzt wenn jetzt am anfang diese rötung habt die kühle tut besser das kratzen im hals ein bisschen fieber dann würde die nummer drei kommen und wann ist der ideale moment dann das nächste mittel einzusetzen der moment wo der patient sagt dass im kälte nicht mehr gut tut sondern wärme verbessert ja manchmal gibt es auch leichte absonderung dann wäre es eigentlich der schüssel salz nummer vier so eine veränderung an der zunge bei der nummer drei haben wir keinen zungenbelag früher musste man ja beim arzt immer die zunge zeigen dass er auch nicht mehr gegeben bei mir lasse ich mir immer den patienten ihre zunge zeigen denn gibt es einen belag dann kann ich den belag auch zuordnen und im zweiten zündungsstadium da haben wir eigentlich eine sekretion und dort haben einen weißen zungenbelag und dort sagt der patient ihm tut wärme gut ja und im dritten stadium dann der zungbelag gelb der patient sagt abends muss er sich bewegen dass in der luft diese kühle luft tut ihm gut ja also das heißt als lufthungrig und dieses dritte stadium ist ja eigentlich ein problem das ist ja die nummer sechs kalium soll vollkommen das haupt lebermittel und da werden wir sicherlich bei dieser sendung einiges dazu erfahren aber das sind diese drei entzündung stadion ist wunderbar zugeordnet und somit kann auch der laie rasch das entsprechende zellsalz wählen kommt es eigentlich vor dass man dass man diese drei schüßler salze auch an einem tag geben kann also das sind dass die weil viele sind da denke ich nicht sicher wann wann ist der ideale moment da das nächste zu wählen und geben dann vielleicht alle oder oder auch auch keines liegen da immer tage dazwischen oder kann das auch sein dass es innerhalb von einem tag schon wärme gut tut ne dann tut kälte gut richtig das sind solche übergänge und genau das sage ich zum anfänger nehmen sie die drei und nehmen sie die vier im wechsel ja da in vier kann man ohne weiteres am selben tag geben und dann haben wir eigentlich zu 90 prozent der akuten beschwerde schon gebannt und das ist nicht erst seit heute sondern seit über 150 jahre und interessanterweise in indien wo die leute ja kein geld haben nicht so ein gesundheitssystem ist wie bei uns wo man mit der chipkarte zum arzt gehen kann wo die leute paar cent zahlen müssen für eine behandlung und das ist schon zu teuer dort geht man ja zu dem homöopathischen arzt und interessanterweise werden ja dort infektionskrankheiten behandelt die wir hier meistens mit antibiotika bekämpfen und dort haben die menschen aber gar kein geld sich dieses antibiotium zu leisten und deswegen wählen sie diese schüßler salz er sich aber auch dort sehr bewährt hat schüßler hatte ja ein siegeszug errungen nachdem er ja 1873 erstmalig seine ideen veröffentlicht hat in der homöopathischen zeitungen die ahz die allgemein homöopathische zeitung ist übrigens die älteste zeitung ärztezeitung die durchgehend erschienen ist bis zum heutigen tag und dort hat er seine ideen veröffentlicht immerhin war schüßler ja 14 jahre lang arzt der homöopathisch tätig war und hat dann gesagt ich brauche ein system dass der laie auch genauso rasch anwenden kann wie anfänger in der homöopathie fatalerweise hatte die veröffentlichung eine abgekürzte homöopathische therapie genannt und dann gab es natürlich sehr viel ärger mit seinen kollegen die gesagt haben mein gott jetzt kommt bei einer her und möchte das wissen von unserem hannemann und seinen getreuen die das jahrelang aufgebaut hat ersetzen durch solche zwölf mineral salz da waren die ein bisschen pigiert es gab sehr viel widerrede und ein jahr drauf sagte dann schüßler eine abgekürzte therapie begründet auf histologie und zellular pathologie denn er hat sich jetzt orientiert ein professor wirchow wirchow der ja im selben jahr wie kneipp und schüßler 1821 auf die welt gekommen ist hat erkannt dass die zelle als kleinste funktionsfähige einheit überhaupt erkranken kann und das war revolutionär und auch da beruht darauf wenn der arzt heutzutage vermutet hier des gewebes vielleicht entzündet verändert dann sagt er wir nehmen eine gewebeprobe geben sie zum pathologen und der schau durch färbemethoden ist hier das gewebe okay oder hat dieses gewebe eine entzündungsreaktion oder ist es gab pathologisch destruieren so dass eine tumorerkrankung oder eine krebserkrankung vorliegt und das war wirchow und wenn man überlegt professor wirchow an der charité vielleicht hat manch einer ja die sendung verfolgt das war ja mehr teile die ja in verschiedenen kanälen ausgestrahlt worden sind war ein genialer mensch er war ja nicht nur pathologie professor sondern er hat auch sehr viel für die hygiene gemacht wirchow hat erkannt man muss den kranken menschen separieren das eigentlich auch schon hannemann erkannte der begründer der homöopathie und das müssen wir auch heutzutage immer sagen der kranke muss er separiert werden bis er geheilt ist und dann kann er wieder in die gemeinschaft ohne die anderen zu infizieren und wirchow hat die säfte lehre des hippokrates abgelöst ist interessant hippokrates ein arzt auf der insel kost lebte so 460 bis 370 vor christus manche historiker sagen ja die schriften sind so verschieden es kann nicht eine person geschrieben haben mir ist es egal es geht um die idee dieser hippokrates vor zweieinhalb tausend jahren lebte da auf kost und hat vier säfte definiert und wenn diese vier säfte gestört sind die menschen hat es einmal die gelbe galle die schwarze galle ja das schleim und das blut dann wird der mensch krank und heute kennen wir diese als die vier temperamente das schwarze galle geht ist der melancholiker der geldgallige ist der cholerige der sich gleich aufregt ja das schleim der fleckmatiker der immer dicker wird träger wird nichts mehr auf die reihe kriegt und das sanguinige ist da wo das blut gestört ist der ist für begeistert für die sache für jene sache ist aber nie an der situation sondern er flattert überall durchs leben und diese vier temperamente kennen wir heute und es waren die vier säfte die crisis die säfte lehre des hippokrates und wenn diese säfte in einer fehlzusammensetzung sind wird der mensch krank und jetzt kommt wer ich offen sagen es ist die zelle wenn innerhalb und außerhalb der zelle die mineralien optimal verteilt sind dann ist gesundheit da kommt es zu einer schräglage dann treten krankheitssymptome auf individuell und schüssel hat es dann auf sein system übertragen weil er hat gesagt es sind mineralien die im körper vorhanden sind die ich benutzen möchte um eine heilung zu machen denn die regulation und die heilung macht ja der körper interessanterweise sind nicht das arzneimittel wir geben nur einen impuls und der körper ordnet stellen wir mal vor jemand stürzt hin aufs knie wird nicht behandelt irgendwann heilt diese blessur der bluterguss ab und er kann wieder normal laufen das ist ein gesunder mensch passiert ja bei kindern ständig dass die hinfallen der alte mensch hingegen vielleicht bricht das nicht noch gleichen knochen drama aber der junge mensch der robust ist dann noch viel lebenskraft in sich hat da gleicht es sofort wieder aus ja je älter wir werden umso träger wird das system weil es natürlich verschleißerscheinungen auch in unserem abwehrsystem gibt und da hat schüßler natürlich bedeutendes gemacht dass er gesagt hat ich nehme nur die mineralien die in jeder körperzelle vorhanden sind oder im organismus vorhanden so dass es einen ausgleich gibt und dann tritt wieder heilung ein und die heilung macht der körper selbst wenn du sagst es die schüßler salze sind alles minerale die unser körper auch von sich heraus enthält als die schüßler salze entwickelt wurden wie konnte das doktor schüßler wissen was war da die die methode um festzustellen ja die minerale sind in unserem körper vorhanden weil wenn ich mich richtig erinnere er hat ja auch kurz vor seinem tod dann noch ein schüßler salz wieder aus seinem system gestrichen ja das war die nummer zwölf calcium sulfurikum er bezog sich natürlich nach dem erst heftigen widerspruch erhielt auf namhafte professoren er hat professor wirchhoff genommen als zellularpathologe sei die zelle als kleinste funktionsfähige einheit dann bezog er sich auf molle schott molle schott war niederländer war professor in heidelberg und hat ein buch geschrieben 1852 sich mit dem titel kreislauf des lebens und dort beschreibt er genau wie diese mineralen eine große bedeutung haben und der dritte im bunde war professor von liebig justus und liebig wein gießen wo auch schüßler nämlich sein medizinstudium fortgesetzt hat zuerst ging er ja nach paris dann gingen nach gießen dann berlin und dann nach prag und interessanterweise ist es nun so schüßler ist dem liebig nie begegnet beide waren aber in gießen an der uni und professor liebig war ja der große agrikultur der wird auch übrigens in dem film mit heinz rühmann die feuerzangen wohle erwähnt weil dort hat man erkannt wenn der landmann die mineralien in den boden einbringt dann werden mehr halme wachsen und die körner sind größer und damit hat liebig es geschafft in der damaligen zeit dass er hat ja sein lehrbuch 1840 herausgebracht das lehrbuch hieß die anorganische chemie in ihrer anwendung auf agrikultur und physiologie und wenn man jetzt überlegt der sprung zur schüssel aber 1872 73 hat das dann veröffentlicht ja aber hat ja acht monate lang experimentiert das heißt also fast 30 jahre später fiel im jahr groschen zu sagen mensch wenn der liebig seine pflanzen düngt dann denke ich ab morgen meine patienten und das war der durchbruch da fiel der groschen bei schüßler dass auch der mensch ja nur diese mineralien hat und wenn die blockiert sind mein heute kennen wir die kalium natrium kanäle die in der nervenwand eingebaut sind das war alles schüßler noch nicht bekannt ja also nicht nur in der nervenzeit in jeder zellwand die natrium kalm kanäle und das war schüßler noch nicht bekannt er war ein sehr genauer beobachter das waren ja sowieso koryphäen wenn man überlegt hat man high tech laboren was die damals mit wenig tests herausgefunden haben und professor bunge das war ein deutsch-baltischer professor für physiologie der danach hat an der uni basel gelehrt hat der machte immer sozusagen den neuesten stand und fand das kalzumsulfurikum nur in der galle vorkommt und sonst in keiner anderen körperzelle und deswegen nahm schüßler wieder dieses kalzumsulfurikum aus dem system heraus aber nichtsdestotrotz spät haben wir es reingenommen weil man doch festgestellt hat dass der bunge nicht ganz genau geguckt hat klar weil die detektieren der mineralien zu der damaligen zeit natürlich sehr sehr schwierig war heute haben wir high tech labors das ist eine gas chromatographie da werden die oder flammionisation chromatographie da werden die dinge dargestellt da gibt es überhaupt kein wenn und aber aber zu der damaligen zeit eine höchste meisterleistung okay also ferrum phosphoricum um noch mal abschließend zu sagen auch für dr schüssel ist das mittel bei entzündungen auch aus heutiger sicht in der naturheilkunde bei sonnenbrand können wir es verwenden salve oder innerlich was man vielleicht auch noch ergänzen kann weil mittlerweile heutzutage stehen uns ja auch über die ergänzungsmittel eine reihe zusätzlicher mineral salze zu verfügung ferrum phosphoricum wird da oft ergänzt mit der nummer 17 manganum sulfuricum wenn es darum geht die blutbildung anzuregen siehst du das ähnlich ja sicher weil das ist ja der chronische zustand auch selbst da kann man ja ferrum phosphoricum nehmen aber dann nur drei viermal am tag wenn ich ein mensch habe dadurch vielleicht so wenig fleisch essen eine anämie entwickelt ja da sind ja die fleischfresser im vorteil die sind immer saftig kraft unsere veganer oder vegetarier sind ein defizit dann kann man auch ferrum phosphoricum geben oder wenn ich an die damen denke die eine lange tiefe blutung haben die sich in die länge zieht die sehr blutverlust mit sich führt dann schafft es der körper innerhalb der nächsten vier wochen gar nicht mehr den pegel zu erreichen was als ursprünglich da war und über monat werden diese blutmengen immer kleiner und deswegen haben wir hier ferrum phosphoricum vielleicht einer d3 oder d6 anzuwenden so dreimal zehn tabletten und dann sieht man tatsächlich wie die kurve nach oben geht also die anämie verschwindet es ist nicht zauberei sondern regulation und wir wissen ja heute im darm sitzen rezeptoren die dieses eisen in kleine bläschen packen durch die darmband hindurch schleusen in die blutbahn und mit der pfortader kommt zur leber und die leber baut dann wieder die gibt die impulse für die blutneubildung im knochenmark ein hochkomplexes system aber schüssel hat erkannt akute entzündung d12 das chronische vielleicht d3 oder d6 und egal wo die entzündung ist ob im kopf brust bauchbereich ob es in den extremitäten ist ferrum phosphoricum zu beginn 1a spitze super vielen dank peter für die zahlreichen informationen und vielen dank liebe zuschauer fürs zusehen wir hoffen ihnen hat es gefallen und bis bald tschüss an der sicht des 20 geburtstag von dr mit wilhelm heinrich schüßler sind zwei bücher erschienen erhältlich in jeder buchhandlung in deutschland österreich und der schweiz an der sicht des 20 geburtstag von dr mit wilhelm in deutschland österreich und